so yo hey leute herzlich willkommen zu einem erneuten vlog heute auf meinem kanal heute geht es ab zum gokart fahren mit meinem cousin, meiner cousine und meiner schwester und ja genau jetzt bin ich gerade oder wie viel uhr ist jetzt keine ahnung so kurz nach zwölf oder so um halb eins oder so geht es los nee was glaube ich kurz nach eins ist und um halb zwei geht es los genau leute und ja kleiner vlog heute ich bin gerade eigentlich mitten in den abschlussprüfungen ja belastend aber natürlich kommt trotzdem video und genau dann sehen wir uns nachher wieder bis zum gokart Why should I try to replace you? Cause you don't know me You don't know me When you say my name, it's empty Cause you don't know me You don't know me And you're You haven't seen me like this at all And all you know of me has gone away somehow And it's a shame to quit this game But I guess it makes things easy Doesn't make things easy Why should I try to replace you? Cause you don't know me You don't know me When you say my name, it's empty Cause you don't know me You also need And you're Yeah, absolutely I think it's not Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war der Vlog von heute. Ich hoffe es hat euch gefallen und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen für meine Prüfung morgen und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Leute, haut rein und ciao.